So, guten Morgen, ich wollte das mal einen Augenblick wirken lassen. Ich wünsche euch alle wunderschönen Montag, ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut rumgebracht. Die meisten von euch haben ja jetzt Ferien, beziehungsweise Urlaub. Ja gut, ich habe nur das lange Wochenende ab Donnerstag. Ja, Montag, ne, glaube ich, ja, Montag ist auch noch frei, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, was auf dem Plan stand für Slime Ranger. Äh, hier, Karottos. Ich würde aber gerne den Fruchtgordo in der Glaswüste zackig füttern gehen. Vielleicht hat der einen Schlüssel für uns, das wäre schon ziemlich cool. Zack, ne, kriegt aber nicht sein Lieblings-Fut. Nicht irgendwelche Quarkfrüchte von uns. So, da ärgert mich mein Stuhl wieder. So, zack, 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 eben so schnell, ne, gerade eben, was ich so gesehen habe. Da, war jetzt nicht die Welt, da ist ja kommen wir drinnen in den Zwickzwiebeln. Da, wups. Und, hepp. So, noch ein bisschen Wasser. Flirt. So, das ist auch erledigt. Haben wir da, ne? 4.000? 40.000, okay. Ja, Früchte. Wir nehmen uns jetzt Früchte und dann gehen wir den Fruchtgordo in der Glaswüste einfach füttern. Nehmen wir denn dafür das, was wir am besten ansetzen können. So, die brauchen immer 50, das müsste jetzt also passen. Ja, komm, das Fallen, wir machen uns jetzt direkt die Mücke. Äh, hier war das der Weg, oder war das woanders? Da, ne? Schauen wir mal. Ey, absolut richtig, genial. So, jetzt holen wir uns direkt den, äh, Servisch, genau. Alles an, Seite da, äh, das, 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 okay. So, der trieb sich da hinten rum, ne? Ja, perfekt. Stimmt sogar. Und, wir hüpfen. So, ja, da war Frucht. Dann hau mal rein hier. So, hier. Verderwisch, da packe ich mir gerne rein. So. Wir haben wieder Hitzewelle, auch geil. Wo, wo kommt denn der her, geh weg? Zack. Ja, das ist jetzt nicht wirklich wichtig. Und ein Schlüssel. Ist ja schon mal etwas. Wer macht hier Brille? Und ein Feuer, Johnny, für mich? Aua. Nicht so geil. Ach, egal. Ah, hier könnte man wieder Wasserparty starten. So. Hop, 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 hop. Hier ist unser Paradies. Hop, 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 hop. Oh, das haben wir gut gemacht. So, den Schlüssel haben wir safe, genau. Ging ja jetzt echt zügig. eine vier minuten ich bin hier für eine sauerei funktioniert der platt um hart nicht so kauft man sich sowas dann ein spiel ganz wenig beantwortet ist klar hier habe ich einfach plötzlich gesammelt nee 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 so geht das aber nicht weiter hier schnell wieder da rein stopfen nein ich werde wieder in die glasbüste müssen wir erstmal auch den ganzen quark loswerden ist ja klar es fehlen ja nur noch ganz wenig slimes auf unserer liste hallo ich meine hübschen hauschen bauschen ganz schön fieses gesellen seid ihr naja wenigstens plotten die so ein bisschen durch die gegend mag ich die denn jetzt hier hallo da wo parke ich die irgendwo muss ich die parken vielleicht muss der nächste sowieso müssen wir unsere slimes aufräumen soll heißen müssen umsortieren die gehege anders aufbauen muss halt alles anders da werden mal direkt mitnehmen buntig nämlich das film mit so einem hunderter sauger ehrlich warum macht ihr hier kein pupuk damit wir mal verraten so bisschen kann ich ja schon fast selber produzieren also ehrlich hallo 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 ist keine quaderfrucht wiegen die noch eben ok ab die post plötzlich noch eben schnell abgeliefert und zack wieder zurück in die eiswüste da lang da ist jetzt ein augenblick ok ab die post ups da attention 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 ups ah ich hab nen plan ich weiß jetzt genau wo ich hin will mal jetzt kommen die da die häpschen bemalten händchen da sieht doch auch nicht schlecht aus so ein großer Lelander sieht ganz nett aus der dude jetzt fickt Cassie mir wieder eine e-mail immer zu unmöglichen momenten ne Cassie,Cassie Cassie was gibt es doch mal war das hier mit den türen euch eigentlich getan hier ehrlich achte plötchen dann immer alle die man schon hat so ok alle hände will ich ja lass dich fressen der sieht doch krass aus fahren in die ganzen türen das war wieder der ausgang hier schon richtig komm mit du häbsches bemaltes händchen da ist eine tür schön weit weg die würde ich sonst eh nicht wieder finden und auf damit gefahr 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 oh ja sieht jetzt nicht so aus als ob wir uns dann einen tollen weg gut wie geht es lang ok knall der ist aggro wollte mich in den pappels beißen hau ab jetzt du alter finne wie geht der denn ab da zieh dich da kommt der knallert wieder ist ja mal richtig aggro der bursche und tschüss oh man das sieht ja richtig nice aus hier aber wie geht es denn hier weiter ich mache mal den jumpy ja da unten ist wieder ok also gegen eine fleischkorte hätte ich jetzt definitiv nix hier war genug ein und wieder heatwaves dann komm ich kann ich auch noch zwischen parken irgendwo kakao farbenes leimlande kakao farbenes leimlande was ist denn hier mit unseren slimies was fehlt uns denn da noch zwei stück tatsächlich zwei stück nur da bin ich ja mal gespannt was da sein werden ja wieder so ein rosa penöpel im raunich uiuiui lebensgefährlich oh heiliger bim bam ja das ist sowas wie wasser wo bin ich denn jetzt zur hocke gockels naja gut nur eins wieder so ein durchgang woher vor crazy hier ich sehe was hier gefragt wird jetzt schwinge ich doch da hoch so eine kant an der ich immer wieder zurück quatsch ja klar auch noch das problem wird jetzt gleich eher sein wieder zurück zu finden erst heute wenn wir hier auslocken voll das coole gebiet versteckten gängelchen kann man nicht wer zu einfach wieder so versperrt da ist wieder so ein aggro typ ok das gebiet ist ein bisschen kreisie besonders für meine hervorragende und unfehlbare orientierung ist das hier richtig gut wenn wir überhaupt nicht viel war lustig die gegend laufen kein problem hier erzählen wir keine geschichten hatten sammel naja zielgerichtet wird unsere tour schon gerade so ein bisschen entsprechenden worte finden jetzt schlüsselchen spendiert kein problem bei meiner orientierung finden würde auf jeden fall beim nächsten mal ohne probleme wieder hin und direkt zügig und wie gesagt zielstrebig gar kein akt wieder so kleine ecken und so ja toll bitte komm hebs 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 blöpp blöpp hat er hier zu sagen ach so ist das gleiche geht jedes mal das gleiche drin wo geht es denn jetzt raus Oli mach mal Map auf viel einfacher äh äh ja schön das ist mir gar nicht bei dem gebietchen hier jetzt sind wir nicht zu tun schon mit 30 plus 13 60 hühner ne da kannst du nicht meckern er muss doch hier weiter da war blub 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 das war jetzt erstmal noch ein Gordo finden naja ich weiß so hype wo einer ist hier der 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 dicke knall irgendwie der Finn hat bestimmt auch einen Schlüssel für uns oh man so weiter oh wuck ok oh ich glaube was funktioniert wo 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 ist denn hier ein Knopfi hm rechts links 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 oder rechts genau die Frage beantworten wir uns morgen habt einen schönen Tag bringt den Montag schön rum für die die müssen alle anderen schönen ersten Busterferientag und dann bis zum nächsten mal tschüss